Oh, mh, ahhhhhh. Was ist das denn? Mein Ladungsstoß. Es hatte so ein bisschen Vibes von Pagetivo. Ungefähr. Also jetzt ist, äh, jetzt bin ich unsterblich. Ich hoffe. Zumindest wenn ich als Erster angreife, was nie der Fall sein wird, weil Amparos lahm ist, also bin ich nur so halbsterblich. Bin ich ein elektrischer Halbgott. Bist du jetzt halbsterblich oder halbunsterblich? Hm. Kommt drauf an, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Mhm. Psychoklinge? Das ist nicht physisch? Das ist schon ein Witz, irgendwie das Psychoklinge lernt. Das bringt doch nichts, oder? Nee, das bringt gar nichts. Du machst wahrscheinlich mit der Konfusion mehr Schaden. Oh, Silberhauch. Nicht, dass ich das jemals verwenden werde, aber oh, Silberhauch. Das klang mit fast wie der Ruhe von The Pony Talks. Danke. Und Lockduft. Ja, danke. Das habe ich in meinem Leben gebraucht. Wenn du Lockduft einsetzen würdest, wie würdest du riechen? Nach Küros? Das würde mich aber nicht anlocken. Soll ich eine Schokoladennote da irgendwie aus meinen Achseln rausschießen? Ähm... Warum gerade von da? Weiß nicht. So, hast du ein Garados? Nein, das ist ein Welser. Das ist scheiße. Hat sogar fast gereicht. Mit Expertengut hätte es gereicht, aber dann hätte ich wahrscheinlich nicht getroffen mit dem Rasierblatt. Cool, Roulade. Ich mag Bisaflor. Ein cooles Pokémon, ja. Ich mag nur seinen Spitznamen aus dem ersten Pokémon-Kinofilm nicht so. War er der Killer? Ja! Es ist so ein Kinderfilm und dann so... Mein Bisaflor heißt Killer. Äh? Hm? Wobei, ich finde, der erste Pokémon-Kinofilm war generell nicht sonderlich kinderfreundlich. Ich war, glaube ich, in der ersten Klasse maximal, als ich den gesehen habe. Und mich hat der echt traurig gemacht. Kann ich verstehen. Wie sich am Ende Pikachu... Oder wie am Ende das Klon Pikachu Pikachu geschlagen hat. Scheiß auf Ash am Ende. Das war auch traurig, aber das war nicht so schlimm. Aber wie die beiden Pikachu sich geschlagen haben, das hat mich so traurig gemacht als Kind. So, dann einmal wieder Wasser hoch. Du warst jetzt auch bei dem Angler hier, oder? Ja. Okay. Ich glaube, es gibt aber auch nur einen Weg. Ja. Du musst doch nicht mal wirklich groß hier irgendwie was machen. Du musst einfach nur den Weg entlang gehen. Also Bisaflor war Killer, Turdok war Panzerschrank und Glurak hatte halt keinen Spitznamen. Ja. Das wurde auch so thematisiert. Weil ich glaube, die haben ihn alle rausgelassen und dann hat Ash noch gemeint, es hat zwar keinen Spitznamen, aber ich schicke meinen Glurak in den Kampf. Ash gibt ja seinen Pokémon keinen Spitznamen. Oh mein Gott, und als diese ganzen Bälle rauskamen und die Pokémon gefangen haben und Pikachu diese Wendeltreppe hochgerannt ist und einfach nicht schnell genug war und dann gefangen wurde. Ich war sieben, okay? Das hat mich echt traurig gemacht. Also der Film war... Wie hat er eine Pflanzantag überlebt? Ich habe keine Ahnung. Okay. E-Vs und D-Vs. Oder einfach eine gute Defensive. Also ich fand halt echt so, die Filme danach waren ein bisschen kinderfreundlicher als der erste oder bin ich da die einzige? Fand ich halt auch, wie die sich da alle bekriegt haben irgendwie am Ende mit der traurigen Musik. Und Mew hatte den Spaß seines Lebens. Ich nicht im Kino. Was hatte der nächste? Wingerl und Pilipper. Wingerl? Pilipper. Du hast ein Nutzung. Das ist voll okay. Yeah, ich habe eine Speckschicht. Cool. Ich hätte schon gerne einfach so eine Triplette auf meinem Spinat. Ja, warum sie beim ersten Film so viel rausgeschnitten haben? Ich weiß nicht, ob denen das auch zu düster war. Dass am Anfang vor allem wurde, glaube ich, sehr viel rausgeschnitten. Wo es um diese ganze Genetik ging und die ganzen Klon-Sachen. Ja, weil das war ja quasi so ein bisschen die Lore, dass der Professor oder ich glaube seine tote Tochter ja quasi in dieser Welt, in dieser Gedankenwelt oder so hatte. Und dann noch die geklonten Starter, die es dann aber irgendwie aufgelöst haben bzw. sie das nicht überlebt haben und so. Und die hat ja auch mit Mewtwo dann so ein bisschen gesprochen und so. Das war denen wahrscheinlich zu düster. Deswegen haben sie es rausgeschnitten. Aber dann denke ich mir wiederum, wie die ganzen Pokémon sich da versucht haben zu Tode zu schlagen. Am Ende war nicht zu düster. Anscheinend ja nicht. Aber ich glaube, das war von der Thematik her wahrscheinlich zu düster. Jetzt nicht unbedingt von dem, was gezeigt wurde, sondern einfach, dass Kinder das mit dem Klon und der Genetik und dem Tod und so einfach. Allein die Tatsache, dass er quasi seine tote Tochter wiederbeleben wollte. Das war wahrscheinlich zu viel für einen Kinderfilm, könnte ich mir vorstellen. Aber ja, die haben da echt viel rausgeschnitten. Dann wiederum, die haben auch beim Pokémon-Anime einige Folgen rausgeschnitten. Ich habe mich als Kind kolossal gewundert, wo er schon eine 30 Tauros her hatte, die waren plötzlich da. Das nur, weil in der Folge jemand eine Pistole auf die Team Rocket gehalten hat. Ja. Und in One Piece setzt man die Pistolen durch Wasserpistolen. Also ich kann es bei der Porygon-Folge verstehen, dass die die rausgeschnitten haben, wegen den Epilepsie-Problemen. Aber das mit der Pistole, ja, gut. Oder den einen Schönheitswettbewerb, wo sich James als Frau verkleidet hat. Haben die auch rausgeschnitten? Die hat man auch komplett weggelassen, wo er quasi boobs hatte. Aber ich meine, es gibt doch auch im echten Leben Drag Queens und so. Ist ja jetzt nicht um das Jahr 2000 herum. Da gab es sowas nicht. Da gab es das bestimmt auch. Hast du schon. Oh, den habe ich schon. Vielleicht die Dame mit ihrer Azur-Reihe. Dame. Das Mädchen. Die sechsjährige Dame. Ja, sicher auch eine junge Dame. Warum postet sie so mit ihrem Schwimmreifen eigentlich? Die kleine Marika. Wenn sie schon keine Ringe zerstört, dann trägt sie die einfach auf ihrem Rücken. Was? Ringe zerstört? Ist das hier Sonic? Ellen Ring. Ach so. Du hast doch keine Ellen Ring-Hitze mit mir. Warum nicht? Das ist auch zu verstehen. Warum ist dieser Fleur so schwach? Ja. Das ist aber auch nicht so effektiv. Neutral nur. Trotzdem. Jetzt hat er den Blättertanz gemacht. Wir fangen an zu Tanzen! So? Ja. Wisst ihr übrigens, apropos Ellen Ring, dass sie haben so schlimm ist, dass er sich jetzt noch ein zweites Mal auf Steam gekauft habe, um einen Randomizer spielen zu können? Ja. Er hat jeden Tag gelauert, um zu gucken wann es mal im Angebot ist. Dann war es im Angebot und hatte er sich erst einmal gesnackt, damit er gleich noch mal Ellen Ring spielen kann. Ja. Also ich habe richtig Bock auf einen Randomizer. Ladung! Was? Ich bin schneller? Okay. Die Info habe ich jetzt gerade zum ersten Mal gedroppt. Keine Ahnung, wie Alex die aufnehmen würde. Alex denkt sich dann wahrscheinlich einfach nur, okay, das Spiel kann er dann durch nur besser werden. Müsste immer noch irgendwann mal Code Vein spielen. Ja. Oder Sekiro. Ich glaube, ich würde erst mal Code Vein spielen. Privat dann? Weiß ich nicht. Wieso sieht Goldklings Mund aus wie so ein Knutschmund einfach? Der will meinem Taubus richtig einmal das Gesicht abschlecken. Einen guten Soundeffekt, die nicht mehr zensiert werden. Ja. Jetzt hören die Leute alles. Goldini, Goldking und Garados gleich. Ist das also die mit Goldini? Ja. Das ist ein R. Das ist ein R. Ja. Und den meintest du? Ja. Okay. Da kannst du gleich mal gucken, wie viel Schaden dann Pikachu macht. Ja. Goldini sieht aber auch irgendwie so traurig aus. Ich finde, er sieht nicht traurig aus. Es sieht irgendwie aus, wenn er es ein bisschen für Botox abbekommen hätte, glaube ich. Hm. Dann wäre ich auch traurig. Ja. Ich auch. Okay. Ich habe ein Fokusgurt. Mhm. Go, Pika. Go, Pika. Ja, komm noch. Oh, die sich umgedreht hat. Also, ich gehe mal davon aus, bei dem Levelunterschied, wann hittest du den mit dem Donnerblitz? Du trägst auch noch den Expertengurt, ne? Ich träg ein Fokusgurt. Ah, den Fokusgurt. Stimmt. Für den Fall der Fälle. Ich weiß, warum ich den Fokusgurt drauf habe. Als ob der das überlebt hat. Ach, ich habe ihn aber nicht gebraucht. Oh, cool. Aber ich weiß, warum ich den Fokusgurt drauf habe. Wie hat er dich nicht getötet? Hä? Ich weiß es nicht. Jetzt mal real talk. Du hast einen Fuchtler von einem Garados abbekommen. Wie hast du das überlebt? Hä? Er hätte dich einfach ins Nirvana schlagen müssen. Das heißt aber, dass wahrscheinlich das Garados von Marinus auch eher ein Two-Hit wird. Ja. Aber solange ich auch speede, ist ja egal, weil ich ja einen Fokusgurt habe. Ja. Oder du nimmst ein Leben-Op und runnest ihn damit. Die Frage, ob das Gene haut... Könnte. Ist es dann... Wobei, wenn er dann wieder heilt und ich bin auf dem Fokusgurt runter... Was ist mit dem nächsten? Äh... Das erste Wingal... Dann... Das erste reicht mir. Ja. Beziehungsweise, ob irgendwo noch ein Garados ist, ist vielleicht noch ganz interessant. Nee, kommt gleich noch ein Enthoron. Der hat zwar gecritted mit seiner Kratz-Furie. Junge, hör auf damit. Fünfmal getroffen, zweimal davon Crits. Fürs Ladungsstoß. Pika muss ich immer voll heilen. Dass der Fokusgurt auf jeden Fall wieder intakt ist. Ja. So. Toni besiegt. Also, das erste war... Wienerl, hattest du gesagt. Mhm. Aber ich hab ja noch ein Trainer. Oder? Nee, hab ich schon. Na gut, dann einfach raus zum Heilen. Mhm. Kennt noch jemand von euch Toni den Stein? Hm? Wieso haben wir den Toni genannt? Ich hab den Random Toni genannt. Das war ja im Pokémon Kolosseum in der Höhle von den Queen. Und wir haben irgendwie Random uns den Stein angeguckt. Ich weiß gar nicht mehr wieso. Ich glaub, weil der irgendwie hervorstach oder so. Und da hab ich ihn Random Toni genannt. Ob Toni von Stoney kommt? Nee. Und dass es einfach weggelassen ist und deswegen Toni? Nee, ich hab ihn Toni genannt. Weil du mir immer erzählt hast, dass du in der Schule Toni genannt wurdest. Warum bin ich jetzt ein Stein? Weiß ich nicht. Sehe ich aus wie ein Stein? Warum wurdest du Toni genannt? Das musst du den Typen fragen, der mich so genannt hat. Der weiß aber auch nicht, warum er mich Toni genannt hat. Der meinte, ich sehe einfach aus wie ein Toni. Siehst aber nicht aus wie ein Toni. Wie sieht ein Toni aus? Sieht so aus wie Toni... 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 Toni Thierry? Tottelini? Wie hieß denn der? Der aus den Wochenend-Kids. Tino Toni Thierry? Äh, der! Okay, ist kein Toni, aber ich war nah dran. Warum weißt du genau, wie der heißt? Was ein witziger Name ist. Hä? Das verwirrt mich gerade viel mehr, dass du das doch so hundertprozentig weißt. Die Serie war geil. Das war eine meiner Lieblingsserien damals. Was gab's denn? Tino? Tisch? Lore? Und? Kater? Möglich. Klar, danke für 81 Monate Treue. Supergeil von dir. So, der fängt doch sicher mit seinem Garados gleich an, meine ich. Ich meine auch. Das heißt, spatzen nach vorne. Lore war die beste. Ja, safe. Ich hab nen Crush auf Lore gehabt. Wenn du Lore nimmst, darf ich Lore nehmen? Scheiß auf Misty, Lore war cooler. Kannst du deine Flasche mal Ruhe geben? Ja, gut umgewackelt noch. Kannst du auch gut wackeln? Hab ich. Wunderschön. Ich bin immer wunderschön. Das ist sowas, was ich auch mal mit vollem Selbstvertrauen sagen möchte, aber wahrscheinlich niemals kann. Du bist wunderschön. Ja, du bist wunderschön. Frage mich, meinst du das eigentlich ernst, wenn du das über dich selber sagst, oder sagst du das einfach nur so? So halb-halb. Ich mag meinen Bart, der ist wirklich wunderschön. Ist ja nix zu sagen gegen gesundes Selbstvertrauen, man sollte sich ja auch selber mögen, aber ne. Ich mag meinen Kopf. Ja, ich find deinen Kopf auch gut. Der ist gut geformt, der hat einen coolen Bart, die Haare stehen auch meistens ganz gut. Der ist in Ordnung. Es ist ja auch das Wichtigste für nen Streamer mit Cam. Ja. Dein Arsch sieht ja keiner. Nee. Oder meine Plauze sieht auch niemand. Du hast keine Plauze. Das war falsch. Was? Kommst du her. Oh. Schade. Der nicht verhandene Plauze hat mich abgelenkt. Einfach mal ne Arsch-Camp für nen Stream machen. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre bei Twitch. Außerdem, da habt ihr ja nichts davon, wenn ihr einfach keine Ahnung so ne Arsch im Bild habt. Die Arschbacken fangen nicht plötzlich an zu flattern, um zu reden. Ich mein, je nachdem welche Tätigkeit du da ausübst mit deinen Arschbacken, machen die auch Geräusche und fangen an sich zu bewegen. Nr. 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 Nun. Kommt aufs Essen an. Nun. So. Ach, du willst noch ein bisschen weiterleveln? Zumindest hier. Dann mach ich die auch alle zumindest auf 35. Sollte ja wohl reichen. Raserei. Das will ich nicht haben. Eigentlich wollte ich mir ein Eis eben noch vorher entwickeln. Einfach um da nochmal etwas mehr Durchschlagskraft zu haben. Heißt ja, ob 36? Ihr hättest doch vom Gefühl her auf 37 gesagt. Aber 36 war ja auch noch ganz passend. Geweildraut! Die Lobklinge hattest du schon, ne? Soßkäsekuchen. Wer hat ein großer Käsekuchen? Dronnentausch. Ne, du. Wahrscheinlich doch 37 dann. Komm, 37 ist ja wohl auch noch dran. Wahrscheinlich setzt ihr am Ende eh nicht ein. Wahrscheinlich nicht, aber... Weil alles biss oder knirscher kann. Und den One hinten wird. Ja, aber wenigstens hat er zwei Löffel dann. Okay, er fühlt sich sicherer, wenn er zwei Löffel hat. Würdest du dich nicht auch sicherer fühlen? Aber nur wenn ich zwei Löffel und ne Psychokinese hätte, dann würde ich mich schon sicherer fühlen. Guck dir seinen Bart an. Der ist schon stylish. Das ist dann das Bart-Battle, wenn du ihn gegen Garados reinschickst. Wenn die sich so mit ihren Bärtchen so ein bisschen antätscheln und gucken, wer der Stärke im Bart hat. Okay, ich habe einen Fokus gehört auf Pikachu. Mhm. Es kann nichts schief gehen. Außer Garados kommt plötzlich mit einer Multi-Head-Attacke an wie Rasen-Schuriken. Nicht, Rasen-Schuriken. Was ist denn der Rasen-Schuriken? Das ist eine Attacke von Naruto. Ich bin auch gerade so gesehen, was ist Naruto oder so. Ist das sowas wie ein Zungenkuss bei Simsala? Nun. Was? Mit dem Bart, mit dem Bart, wenn die sich so antätscheln. Mach mit. Was? Ja, guck mal, pack deine Hand mit ins Bild. Wieso? So. Wer von uns ist jetzt Garados und wer ist Simsala? Weiß ich nicht. Okay. Let's go. Willkommen. Ich werde nicht oft herausgefordert. Bald wirst du meine Stärke kennen, denn die Stärkler des Arena Leiters von Weidenburg. Ganz genau. Ich bin der Wellenbrecher Marius. Meine Puck und Wer wurden in stürmischen Gemässern trainiert. Sie nehmen all deine Attacken hin und ziehen dich dann hinunter. Der Sieg gehört an uns. Los, bringen wir es hinter uns. Er könnte dich einfach in das Becken stoßen. Patsch. Ja. Und dann schickt er sein Garados doch hinterher ins Becken, dann bist du tot. Gott. Vielleicht sind da auch ganz viele Toaidos in dem Becken. Das wäre auch nicht so cool. Wie der sich umdreht. Es sind schon zwei sehr süße Elektro-Pokémon. Ladung stopp. Oh, du bist schneller. Oh, bitte flinch mich nicht. Donnerblitz. Ich bin immerhin schneller. Loki, danke für 40 Monate Treue. Supergeil von dir. Ha, Statik. Es wird nicht reichen. Oder doch? Nice. Weil das Garados von Marinus einfach schlechter ist als das seiner Vortrainer. Ja. Aber ich hätte auch einen Fokus-Gott gehabt. Ach, Morlord war das an. Ich hätte jetzt nicht mehr einen Welser gedacht. Aber gut, Morlord ist ja gar kein Problem. Kohl-Roulade. Morlord hat es wahrscheinlich auch mit einer Laubklinge zu Reptilien umgehauen. Los, Minzeis. Laubklinge. Blättertanz. Das ist ein witziges Geräusch. So, die Sache ist, ich überlebe safe'n Eiszahn. Also vielleicht mit Kohl-Roulade einfach drin und auch einfach Bojellin einmal drauf. Ich schmeiße auch meinen Laubklinge mit seinen 200 Kilo auf das Bojellin. Autsch. Hey, das war eine gute Attacke. Schön. Da kommt der Eiszahn. Ich tippe es auf ein Drittel. Hast du eine gute Verteidigung? Ah, vielleicht sogar fast die Hälfte. Ja, ich habe eine gute Verteidigung. Da bin ich auch hin geblieben. Wie viel Schaden macht das? Easy. Das war ein Ladungsstoß und zwei Blättertänze. Wie gut, ich habe so ein bisschen Angst mit meinen Pflanzen-Pokémon. Ja. Ist ja auch sehr definitiv. Wobei, denn Visaflor ist auch sehr defensiv und hatte mit einem Blättertanz wahrscheinlich dass Bojellin auch einfach gewonnen hat. Ja, wahrscheinlich. Wir können ja gleich kurz mal die Werte vergleichen zwischen Megane und Visaflor. Aber ja, das war auch wieder eine sehr angenehme Arena. Weil wir uns wieder gut vorbereitet haben. Dangerous. Wie viel Kapischan hat der denn gerade gemacht mit dem Crit? Viel. Ich sage, dass wenn er jetzt knirscher macht, kann ich ja eigentlich schon fast auf Visaflor wechseln. Schon. Der wird ja wohl kaum jetzt gerade einen Eiszahn machen wollen. Wobei, selbst wenn, überlebt ein Visaflor das. Und dann bist du dank der Paralyse wahrscheinlich schneller. Ja. Gerade weil die Paralyse noch ein bisschen stärker ist. Einfach gleicher Tanz. Jo. Das waren jetzt 80 Schaden, Eiszahn hätte 130. Also hätte Eiszahn etwa 50% mehr als das gemacht. Also 50 bis 60 KP dann denke ich mal. Ich hätte vielleicht von Anfang an auch einfach Visaflor rein schicken sollen, aber ich bin ein kleiner Schösser. Alles gut. Ah, die Strömung muss ich nach unten gezogen haben. Aber der Kampf wird jetzt sehr viel Spaß gemacht. Ja, das hast du dir verdient. Nee, diese Kämpfe machen mir nie Spaß. Ich habe immer Angst. So. So, damit kannst du auch Server verwenden. Das ist eine besondere Belohnung, die ich dir gebe, dein Team. Ganz außergewöhnliches. Trickbetrug. Danke. Danke für diesen Betrug. Was ist bei dir? Blizzard. Nice. Kann man mal machen. Also wenn du mal guckst, wie viel KP, also wie viel Verteidigung hat jetzt deins? Ich glaube ich 70. Okay, war da speziell. Oha. Hättest du wahrscheinlich vielleicht so 60 KP Schaden genommen von. Lackereist und Knirscher und Wasserdüse hättest du gehabt. Joa. Haben wir gut hinbekommen. No. Moment. Oh hey, du hast in Ordnung schon. Du bist jetzt mein Meister. Also reden wir nicht weiter drüber. Es gibt nämlich Jäger. So ein Typ von dem Galaktik treibt sich an der Pokémon Warte herum. Etwas von einer Bombe gefaselt. Was? Ich hab's aber nicht so lange, wie ich es verhindern kann. Hey Meister, so warte Dach. Okay. Willst du gleich wieder die Pokémon wechseln? Willst du gleich die Pause machen? Ja dann schon fast gleich ihr Ende gemacht, oder? Oder wird's noch ein bisschen länger? Ja. Aber halt jetzt. Ja. Und dann fürs nächste Mal das Team ändern. Okay. Dann enden wir fürs nächste Mal wieder das Team. Zumindest kommt Pikachu raus, damit Pikachu weiterlebt. Haha. Dann kommt nämlich Pikachu nicht in Gefahr, wenn's nicht im Team ist. Und ich glaube, du bist jetzt auch nicht so scharf Braminella. Nee. Ich durfte es ja nicht mal einsetzen. Ich wollte es in der Arena verwenden und du so, wie es stirbt. Das hätte ich gegen Garados gemacht. Lapas? Zipsala? Ich weiß es nicht. Irgendwas. Okay. Okay. Jo. Wir hatten leider ein Opfer zu vermelden heute, weil ich dumm war. Passiert. Schon okay. Schon okay. Nicht so schlimm. Ich hab nur... Sonnenfeld. Sonnenfeld verloren. Ich hab sogar schon wieder vergessen, wer es war. Das war schon ein bisschen gemein. Ja. Der eine Blutsauger, den Umhaut gemacht hat, der war schon sehr wichtig. Ich hab ansonsten meine TM-Juwelenkraft verschwendet von dir. Oh. Schon... Ich hoffe, du fühlst dich jetzt so zwei Prozent schlecht. Du hast Trickbetrug bekommen. Ist doch auch geil. Ne, Juwelenkraft war schon cooler. Ich glaub auch. Okay, dann gebe ich dir deinen Kugelschreiber wieder und gehe. Na gut. Dann... War's das für heute? Ist doch...